Mit dem sechzehnten Teil des Minecrafts Diamant, let's save, Alter. Ich werde jetzt anfangs erst einmal mit der Axt die Akazien hier abholzen. Das ist ja keine Savanne. Das wirkt ja hier, wie müssen die in der Savanne? Vor allem mit dem Lavasee auch. Wofür kann ich das Akazienholz verwenden? Das Haus da ist ja schon mit Fichtenholz, weil ich diese Quelle noch damals nicht kannte. Und das sollte auch nicht der ganze Wald absackeln. Durch die Navasee. Aber ich kann jetzt auch sagen, also Schach spiele ich ja auch gerne. Ich kann nicht sagen, ich bin bei Gangknoop drinne. Gangknoop Schach. Heißt da Henrich Schach. Genauso auch wie ein Chef-Cube. Wer Schach spielen will von meinen Abonnenten, der, ich hab ja eine, also eine Elo-Wertung von ca., also eine deutsche Wertung gezahlt von ca. 1200-1300. Also 1200-1300 meine ich damit. Ist nicht besonders hoch, aber. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich meine Elo-Mail immer mal auf über 2000 hochbringen kann. Weil eine Elo von über 2000 würde man als Großmeister gelten. Und dann würde ich auch über Schach gleich berühmt werden. Und dann würde ich manchmal im Kanal sowieso mehr Abonnenten bekommen, wenn ich neben Minecraft dann auch zum Beispiel im zweiten Schaffnitzschwerpunkt dann auf Schach lege. Und dann würde ich mal schauen, wie wir es schaffen würden, auf meinem Kanal relativ rar. Und jetzt erstmal wieder schlafen, denn die Sonne geht unter. Jetzt erstmal schlafen. I'm gonna sleeping. Und jetzt geht's weiter. Die liegen wieder massig Let's Plays. Also wirklich die... Also ich hab irgendwie schon sehr viele Minecraft Let's Plays gewonnen. Ein Diamant hatte ich irgendwie Lust auf auch ein zweites Let's Plays. Aber es kann sein, dass ich es ja auch in Kavazimmonat später immer noch keine weiteren Parts hochlade. Weil ich dann irgendwie mal einfach keine Lust hatte. Ich nehme mal die restlichen Let's Plays auch festmachen. Nein, jetzt nehmen die nicht alle mit. Die Bäume zerfallen da jetzt erstmal langsam. Was wollte ich gerade machen? Also hier ist es schon am... Wächst es mittlerweile wieder. Ich glaube, ich kann das mal mit dem Stein nochmal genauer definieren. Also mit dem nicht nur einfach Stein, sondern Neta-Steine. Die kommen dann auch... Also mit dem Zeugs aus dem Neta. Wie ich das denn nenne. Ein Schild wiederherstellen. Ich hab nämlich jetzt noch ein bisschen Zeugs auch auf dem Neta rum. Part 15. Wenn ihr euch nicht angeschaut habt, dann schaut euch an. Es handelt ja um den Neta. Nein, der Schild will ich nicht platzieren. Ich will hier die Truhe raus haben. Und zwar platzier ich... Hier müsste die hin. Aber ich sag, ich platzier die einfach mal hier links vom Portal. Da kommen Sachen aus dem Neta rein. Wenn ich hier noch als extra Schild hier... Oder aus der Hölle... Auf Erden, ne? Hölle auf Erden, ne? Und die Truhe kann dann am besten auch eine hin. Truhe, was kann da als Neta-Sachen rein? Auch der Goldbahn kann da rein. Der Magma-Schlein. Oder eigentlich der Goldbahn eher woanders anpasst. Hier rein. Da ich jetzt diese neue Truhe gemacht habe. Der Stein kann ja hier... Der Neta-Stein raus. Und hier können die... Goldnuggets und die Glowstone und der Quap... Das Quap jetzt raus. Und die beiden Goldschwerter auch. Goldschwerter kommen da rein, dann kommt das Quap, das Glowstone und das Neta-Stein noch rein. Was kann ich denn sonst noch? Die Goldnuggets wollte ich da auch noch rein. Ja, die Feuersteine und Kies brauche ich grad nicht. Das braucht man meistens nicht. Das ist ein Yum-Yum-Essen, ein Brot. Und nicht so... Und 64 von 2. Ich mach die mal so rein. Ich hatte hier sowieso noch 64 Fektenholz. Oh, ist aber ganz schön viel Holz, was er sich schon angesammelt hat hier. Pflanzen, dann kommt das Getreide auch rein. Hier die... 15 Akazien-Setzlinge kommen hier rein. Was sind denn noch? Sachen die wollen wir nicht brauchen. Und die Schilder auch rein. Aber ich hatte schon 2 Schilder. Komm, ob da noch ein paar Setzlinge liegen. Ja, die lieben noch ein paar Setzlinge. Und der hat Holz... Ei, Holz vergessen. Zack. So, das Haus sieht ja eigentlich ganz frug aus. Aber wie könnt ihr das denn optisch verstönern, oder? Wie könnte man hier ein besseres Haus ausbauen? Und vielleicht müsst ihr als zweites Untergeschoss einen weiteren Nahrungsrahmen machen. Hier ein zweites Untergeschoss noch. Unten drunter alles aushöhlen, um ein zweites Untergeschoss zu machen. Und das wird dann vielleicht mit Diamantblöcken ungetan. Oder wie das... Ah, eine Akazien. 37 Holzbrot, oder was noch haben wir? Ich hab hier 64 Fichtenholz. Ah, ich wollte jetzt gerade noch ein paar Sachen wegpacken. Na, immer vergessen wir mal das manchmal. Sachen, die ich hier reinpacken kann, das ist erstmal keine. Hier Redstone. Braue ich jetzt gerade nicht mehr. Die Goldbahn braue ich auch nicht mehr. Die 5 Diamanten braue ich auch gerade nicht. Und das eine Akazienholzstück braue ich auch nicht. Und die beiden letzten Dinge braue ich auch nicht. Oh, ich hab ja schon über einen vollen 64 Aspekt an Fichten. Aber ich könnte auch genug Akazien nachzüchten. Na, ich brauch glaube ich doch mal bald eine neue Spitzer für mich. Mir überliebe ich jemanden doch schon mal mit. Dann fahr ich mal los. Und grab mal ein bisschen unten. Hier unten geht's immer Rackzi-Fackzi. Da hab ich so etwas chaotisch hin und her gegraben. Also hier ist kaum Ordnung. Hier unten. So grab ich hier am besten jetzt hier rein. Ach, ne, durch die Diamanten. Oh, da ist ein Zombie. Oh, da ist ein Zombie. Oder dieses nutzlose Fleisch. Und da habe ich noch Eisen. Da ist noch ein Eisenvorkommen. Und jetzt Eisen kann ich natürlich mal mitnehmen. Hier ist ein Diamant. Hier ist Koppel. Ein moziger Koppel. Ein moziger Koppel. Hier ist ein Zombie-Dunton. Da hab ich die ganzen Sachen schon alle rausgeholt. Darum sind wir Diamant. drei auf lange weile nur die diamanten da oben weg hier raum noch was ich tun soll das mit dem hardcore ich habe schon als 50 abo special festgelegt ein weiteres hardcore letztes beginn eigentlich beim ersten mal die schieb an machen weil mit dem nicht einfach verhungere und das jetzt gleich schnell beendet werden muss nur weil ich verhungere und keine nahrung bekomme und wie komme ich da am besten hoch so mit bruchstein mit bruchstein hoch bauen woher ist dann nix ich muss mal gucken wo die höhle dann weiter geht das merkt cobble stone Das ist alles nur hier gesetzter Cobblestone. Trohle. Healing gemacht. Hier ist relativ wenig Monster geschehen. Ich bin ja hier weiter gegangen. Wo ich nicht viel sichtbar war. Und nicht viel. Ich schreibe mich mal hier runter. Oh Gold, 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 Gold. Ich habe wieder ein Gold vorkommen. Das ist nur ganz gut. Das freut mich, dass ich hier wieder Gold habe. Aber hier wieder so viele Diamanten. Ich glaube, ich grabe erstmal wieder ein, zwei Minuten einen Diamanten ab. Erstmal einen weichen Diamanten bis vielleicht Level 50 abgraben. Ganz viele Diamanten hier. Das ist wieder ein Diamantenrausch hier. Redstone brauche ich nicht. Das ist sowieso noch genug. Der Unterschied zu meinen Diamanten Nr. 1. Die Diamanten Nr. 2 ist so, dass die Diamanten Nr. 2 zwar auch maximal sind, allerdings nur bis Höhe 16 oder so vorkommen. Das heißt, man findet die nur knapp über dem Bedrock. Also an der Oberfläche findet man die nicht. Das ist wiederum anders als, wiederum anderes ähnliches. Let's play ist ja mal die Customize 2. Da ist man bis zu 70 oder so Kohle. Und dann gibt es immer 10 Block dickgeschichten aus Erz. Die zu 99% nur aus Erz bestehen. Könnt ihr natürlich auch alles gut sehen. Ich hoffe mal, dass ich da vielleicht auch wieder Abonnenten herkomme. Oh, schon wieder Gold. Schon wieder Gold vorkommen. Aber da sind noch zwei, drei, vier, fünf. Oh, sechs sogar. Da ist ja so viel Gold, dass ich dann eine richtige schöne... Da kann ich nur mit meine Powered Whales reinpacken. Ich bin jetzt wieder mit ziemlich viel Gold im Gepäck. Also das verhältnis ist viel Gold. Diamanten habe ich natürlich nie im Überfluss. Also Diamanten werden hier nie mangeln. 49, ich will ja bis Level 50 graben, habe ich ja gesagt. Da sind aber auch viel Diamanten hier. Klingt eigentlich ganz schön mit dem Regen im Hintergrund. Falls ihr es hört. Weil ich habe nämlich mein Fenster aufs Kipp gestellt. Damit hier schon frische Luft reinkommt. Oh, da ist der Fackel, der Fackel geht weg. Ein Lavasee. Ein Lavasee. Wenn ich nicht mehr aufs Kippe aus. Sondern auch, wie zum Beispiel Wetter oder sowas hochladen. Es scheint vor allem dem Lobo 1, 2, 3 zu gefallen. Aber was bei ihm, was bei mir immer auffällt ist, 50 Levels. Also ich gehe jetzt zurück. Was bei ihm immer auffällt ist, dass bei mir, bei ihm wird bei mir immer angezeigt, Abonniert seit immer relativ aktuell her. Es scheint mich immer zu deabonnieren und wieder zu abonnieren. Ich verstehe das auch nicht. Warum denn immer? Also es ist immer so der Fall. Dann bekomme ich den hier hoch. Das scheint irgendwie immer so zu sein. Na, da bin ich runter gegangen. Hier muss ich rüber. Nein, hier geht es auch nicht rüber. Da geht es nicht lang. Da bin ich sicher runter gegangen. Dann muss ich hier an diese Seite rüber. Dann ist es in einer Doppeldurchgang. Irgendwelche Monster hier sichtbar. Zombies. Da unten sind Zombies. Wenn ich jetzt nur so schnell wie es geht. Hier ist das ganze Cobblestone nochmal wieder. Hier sind so sehr viel Cobblestones. Ja, da könnte ich ein potenziell Monster spawnen. Und dann mal anschubsen. Und das dauert immer noch relativ lange. Aber ich kann es mir ein bisschen... Da ist so ein paar Schienenverdoppelungen oder so. Weil ich ja jetzt noch mit relativ viel Gold zurückkehre. Wo ich noch ein Enderman gehört. Ich schieb da noch ran. Was denn? Ich höre Endermänner. Und der Regen wird mehr draußen. Ich hoffe mal, dass es in zwei Monaten nicht regnet, sondern schneit. Oh, es ist Nacht. Dann muss ich jetzt mal schlafen. Da regnet... Und da mehr? Oh, ein Creeper. Das ist ein ganz Paula-Same hier. Was ist das denn? Das habe ich schon direkt bekommen hier. Oh, viele Diamanten habe ich. Inventar. Jetzt hier rein. Diamantruhe. Zack, 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 zack. Boah. Vielleicht muss ich die Truhe verdoppeln. Und jetzt erstmal die 14 Golderz einschmelzen. Aber ich habe nur 14 Golderz und nur 9 Eidenerz. Also ich habe mehr Gold als Eisen gefunden. Das liegt daran, dass ich eigentlich das größte Eisenvorkommen einen schnell abgegraben habe. Steine brauche ich keine wegzupacken. Wertvolles. Da brauche ich auch nichts wegzupacken. Pflanzen. Da kommt der... dem Wildchen rein. Aber ich nehme was sonst vor. Da noch was rein. Sand packe ich jetzt mal... auch weg von die Kohle. Brauche ich natürlich. Schienen brauche ich nicht. Aber ich krafte mir schon mal... eine neue Spitzhacke. Die ist nämlich auch bald am Ende. Eine neue Spitzhacke. Also übrigens kann ich auch sagen, warum ich... gestern und vorgestern keine Videos über. Das lag da einfach ein bisschen krank gewesen. Ich musste mich einfach auch übergeben. Und deswegen hat sich... keine Minecraft-Bus gemacht. Fichtenholzbretter. Erde. Dirt. Minecraft-Dirt. Minecraft-Log. Log. L-O-G. Log. 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 G. Schaut mal hier mit G. Und das Gold ist auch bald fertig hier. Hier kann ich noch nichts reinpacken. Da sind so ein paar Sachen die... Fünf Knochen habe ich sogar. Ich könnte sogar Skelette noch verbrennen sehen hier hinten. Die verbrannten ja auch Skelette. Aber hier ist ein Skelett verbrannt. Vielleicht liegen hier noch seine Knochen rum. Und das war hier hinten doch noch ein bisschen. Hier ist alles in der Lava abgefackelt. noch ein Minga. Ich denke keine mehr. Hier ist ein Überblick über die Welt. Schöner Überblick hier. Da sieht der hinten... Da sieht der... Ein anderes Biom los. Das sind normale Bäume und Wirkenbäume sogar, oder? Ja, einen Wirkenbaum sieht der hinten sogar. Wenn man das so... Wie schräg an sich. Aber hier war 21 Minuten. Das heißt, Paz. Der Enten heißt. Das bedeutet das immer bei mir. Ich war jetzt knapp über 20 Minuten. Das heißt. Mein Outro. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Kriegt das Video da oben. Das würde mich auch freuen. Genau. So auf den Teil. Abonnieren. Also abonnieren nur, wenn... Also vor allem, wenn ihr... Das Video besonders gemocht habt. Und ein... Favoritieren. Ich habe einfach sehr wenige Favoriten. Und kriege auch wenige Aufrufe. Und wir auch gerne ein paar mehr haben. Deswegen favoritieren. Bis dann. Und tschau.